Okay, also fangen wir an. Ja, herzlich willkommen. Waldrauschgemeinde Hahn trifft heute Martin Schmidt. Und wo trifft man Martin Schmidt? Im Schwarzwald. Wir sind in Kirchzaaten in den Black Forest Studios. Ein Tipp von Martin, uns hier zu treffen und wir haben es bislang noch nicht bereut, dass wir hier sind. Martin, schön, dass es geklappt hat. Ja, mich freut es auch. Und vor allen Dingen, dass du Zeit gefunden hast in deinem turbulenten Terminplan. Man sollte ja nicht glauben. Punkt eins, hier sitzt ein Skisprung-Rentner. Genau. So sieht er überhaupt nicht aus. Und dann aber typisch Rentner, er hat eigentlich keine Zeit. Martin, erzähl doch mal, was ist bei dir denn so los in der letzten Zeit? Ja, die Wintermonate sind natürlich nach wie vor recht streng bei mir. Also bin viel unterwegs, habe relativ viele Termine. Ich bin mit dem Sport ja noch auf verschiedenen Ebenen verbunden. Also dem Skisprung-Sport. Also ich bin zum einen jetzt auf der Weltcup-Ebene oder ich bin TV-Experte bei Eurosport und begleite da die Weltcup-Springen. Also einen Teil der Weltcup-Springen kommentiere ich oder bin ich Co-Kommentator. Und bei Firschanzentourney Olympia bin ich eben als klassischer Experte dabei. Also mit Vorberichte, Nachberichte, Analyse. Und genau, das ist natürlich toll, nach wie vor irgendwo so einen Kontakt zu haben. Nur jetzt eben von der anderen Seite. Aber von der anderen Seite, genau. Die aber nicht weniger spannend ist. Jetzt kann ich mal die Fragen stellen. Genau. Außer heute. Außer heute, ja. Heute ist man wieder komplett andersrum. Genau. Das ist eine Ausnahme. Und dann bin ich aber auch noch im Trainerbereich. Ich bin DSV-Talentscout und bin da im Nachwuchs im Deutschen Skiverband tätig. Also hoffe natürlich, dass ich da ein bisschen mein Input mit reingeben kann, dass das auch fruchtet und dass wir auch in Zukunft starke Adler haben in Deutschland. Das wäre klasse. Weil ich kann mich noch sehr gut an die Zeit der richtig starken Adler erinnern. Erzähl doch mal, wie war das damals? Also wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, wo es wirklich dermaßen durch die Decke ging, kommt einem das heute irgendwie unwirklich vor? Oder ich stelle mir das schon gigantisch vor. Ja, so ein bisschen schon. Also man weiß ja auch, wenn man so den Blick zurück, ja, wenn man so zurückblickt, dann blickt man auch mal noch weiter zurück. Auch so, wo man als Jugendlicher den Sport ausgeübt hat, wo man selber noch die großen Jungs bewundert hat am Fernseher und so, wo man geguckt hat, olympische Spiele so schnell wie möglich irgendwie heim. Da muss ich meine Mama von der Schule abholen, weil mit dem Bus hätte es zu lange gedauert und rechtzeitig daheim bin. Und irgendwann darf man selber da mit tun und mitwirken. Und dann haben wir das irgendwo, also Sven und ich haben das dann auch über eine Zeit ja auch irgendwo ein bisschen geprägt. Und es war ein wahnsinniger Trubel. Ja, das war schon ihr zwei, ja? Ja, und zwar war natürlich schon großartig, was da passiert ist. Und hätte man sich damals natürlich nie ausmalen können, also noch früher. Genau, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen. Du hast jetzt schon gesagt, als kleiner Junge war das schon fokussiert oder schon Ziel, mehr als nur eine Träumerei. Ich will es mal wirklich dorthin schaffen. Ja, natürlich wollte ich den Sport immer so gut wie möglich ausüben. Und dann ist man halt so im Jugendbereich. Dann hat man ja so erst die ersten Berührungspunkte auch. Und dann hier im Schwarzwald mit den Jungs, mit dem Christoph Dufner, Hansjörg Jäckle, Dieter Thoma dann. Und dann darf man mit denen mal zusammen trainieren. Dann sieht man, wo die stehen und denkt sich, puh, der Weg ist schon weit. Aber irgendwann merkt man, ach, ich komme so langsam näher und hatten mal Einzelsprünge, wo man so ein bisschen ranschnuppert. Und dann merkt man, hey, so unrealistisch ist das vielleicht gar nicht, dass du da auch mal irgendwie ein bisschen mitmachen kannst. Und dann packt es einen natürlich nochmal. Das ist natürlich Motivation, wenn man in so einer Trainingsgruppe, wir hatten ja hier im Schwarzwald auch eine brutal starke Trainingsgruppe. Dann durfte ich da mitmachen. Und ja, das ist natürlich Riesenmotivation gewesen. Und eben die Älteren haben dann auch, haben auch geholfen, haben auch Tipps gegeben. Auch der Dieter war dann so im Team so ein bisschen der große, große Bruder. Der große, große Bruder, ja. Und er hat natürlich ein großes Vorbild, aber er hat sich auch gekümmert, hat auch viele Tipps gegeben. Und da bin ich mir auch total dankbar. Und ja, und dann war gerade mit dem Sven, war das so ein paralleler Weg. Wir waren im Ersten zusammen in der B-Mannschaft und haben uns dann so durch den Kontinentalkup gekämpft und haben dann irgendwann im Weltcup Fuß gefasst und haben uns dann schon auch gegenseitig gepusht. Also wir waren beide sehr leistungsorientiert und wollten auch. Und wo wir es dann, sag ich mal, so in die erweiterte Weltspitze geschafft haben, war das dann aber auch jetzt noch nicht genug. Sondern dann hat der eine mal vorgelegt und hat der andere nachgezogen. Also schon so ein persönlicher Wettkampf untereinander, sag ich jetzt mal. Aber jetzt nicht böse oder extrem verbissen, sondern ja, auch aus Spaß einfach. Ja, ja, aus Spaß. Und eigentlich, wir wollten, ich glaube, wir hatten beide irgendwo unausgesprochen das gleiche Ziel. Und haben da eigentlich einfach tagtäglich auch alles für gegeben. Da waren wir uns, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Und das hat uns sicherlich auch weiter nach vorne gebracht. Aber das alles Geben, das war sicher schon eine knallharte Zeit, oder? Ja, natürlich. Aber das macht ja auch Freude. Also man ist ja jung, man hat Energie und merkt, okay, man kann jetzt seinen Traum irgendwo leben und kann da was Besonderes schaffen. Man hat natürlich keine Garantien im Sport. Also es war, glaube ich, sowohl beim Sven auch bei mir. Ja, wenn ich jetzt mit 19 oder mit 18 aufgehört hätte, dann wäre das in der Szene, ja, schade, war ein Talent, aber gut, okay. Und beim Sven war es auch schon. Der war schon ein paar Jahre älter wie ich. Der hatte ein paar Jahre im Kontinental Cup, wo er einfach den Sprung im Weltcup nicht geschafft hat. Und dann war da auch ein bisschen die, schon die Diskussion, okay, wird er weiter gefördert oder nicht? Aber er hat immer absolute Wille gezeigt und hat da alles dafür gegeben. Und das ist natürlich schön, wenn das aufgeht. Aber man hat halt nie eine Garantie. Also man muss erst eine entsprechende Vorleistung gehen und es geht auf. Und ich kenne natürlich auch viele Jungs, die auch alles gegeben haben. Aber wo es halt am Ende leider... Aber der letzte Schritt einfach nicht so funktioniert hat. Ja, aus verschiedenen Gründen. Also es kommen ja beim einen oder anderen auch Verletzungen dazu. Jetzt andere Schwarzwälder, mit denen ich so wirklich von ganz klein auf, also mit sechs, sieben Jahren, der Alexander Herr. Also wir sind wirklich von der Kinderzeit zusammen hochmarschiert bis dann im Weltcup. Haben auch viele Dinge auch gemeinsam gewonnen. Also 2001 sind nach die gemeinsam mit der Goldmedaille zusammen Weltmeister geworden. Aber er hatte halt auch brutal viele Verletzungen und war da immer wieder gebeutelt. Und da steckst du ja auch nicht drin. Nein, und dann eben, du musst wirklich aufpassen, dass du nicht in ein Loch reinfällst. Ja klar, aber ja, es ist halt letztendlich Leistungssport, das ist irgendwo wie überall. Da ist es egal, welche Sportart, Leistungssport, aber auch im Beruf, ja, muss es halt funktionieren. Wenn du jetzt Leistung und bei jeder Sportart so... Jetzt stelle ich mir auf den Skispringen, rein von mir aus extrem, schwierig, klar, schwierig ist es. Aber mal ganz blöd gefragt, geht man da wirklich von Anfang an auf eine Schanze hoch und sagt, ich fahre da jetzt runter, ich springe da runter. Oder hat man da nicht auch Schiss? Man wächst ja langsam rein. Also es geht nicht gleich auf die Große. Man fängt ja auf kleinen Schanzen an, also erst auf einer 20-Meter-Schanze und die Voraussetzung ist, dass man ein bisschen Skifahren kann. Da springt man ja auch schon mit den alpinen Skiern und über kleine Hügel. Und dann ist der Schritt auf eine kleine, auf eine Kinderschanze eigentlich nicht so groß. Das ist natürlich schon auch Überwindung, weil man kann nicht sagen, okay, ich mache jetzt eine Kurve und fahre doch drumherum. Sondern wenn, dann muss ich es schon durchziehen. Das ist halt einfach der Charakter unserer Sportart. Absolut. Und dann gibt es natürlich schon so Prüfungen. Also jeder Schanzenwechsel, jede nächste Schanzengröße, das ist schon eine Herausforderung. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal eine 60-Meter-Schanze gesprungen bin. Ich glaube, ich habe fast eine Stunde oben gebraucht, dass ich mich getraut habe. Okay, okay. Das gibt es schon. Nachher ging es dann besser, aber da kann ich mich noch daran erinnern. Da habe ich ganz, ganz lang gebraucht, bis ich dann letztendlich losgefahren bin. Ich habe mir gedacht, die gehen da hoch, zack, wum, runter. Das ist ja entspannend. Wenn wir schon bei den Schanzen sind, gibt es eine Lieblings-Schanze und gibt es eine Horror-Schanze? Eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Orte, Schanzen, wo man gern springt, wo man weiß, das Profil liegt einem. Oder da hat man besonders gute Erinnerungen dran. Also Lachti in Finnland war so ein Ort, da ging es bei mir. Da hatte ich einfach eine gute Vorstellung für meinen Sprung. Also der Rhythmus von der Schanze. Ich wusste einfach, was ich zu tun habe. Und war dann auch sehr, sehr erfolgreich. Ich bin dort Weltmeister geworden im Einzel- und mit der Mannschaft. Und habe auch Weltcups gewonnen. Und wenn man natürlich viele Erfolgserlebnisse an einem Ort hat, dann ist der Ort natürlich positiv besetzt. Und dann gibt es andere Schanzen, die einem vielleicht nicht so liegen. Und manchmal träuscht man sich auch. Also ich hatte beispielsweise in Lieberetsch, habe ich immer so gedacht, Lieberetsch, nee, das ist nichts. Und da bin ich aber 2009 dann nochmal Vize-Weltmeister worden. Schon im höheren Sportleralter nach einer längeren Durststrecke. Und das war dann seither schon Orten auch wieder positiver. Plötzlich ein weiterer Lieblingsort vielleicht. Gibt es denn in der aktiven Karriere, es gibt sicher ein Ereignis, wo du sagst, das war sensationell. Das werde ich nie vergessen. Und eins, das würde ich am liebsten vergessen. Also ich tue mich immer schwer mit so einer Rangfolge von Erfolgen. Das ist so, weil so die großen Sachen. Jetzt nicht unbedingt vom Erfolg, Medaille oder so, sondern auch vom Fünfviel. Das Gefühl hängt wahrscheinlich schon zusammen. Ja, das seht schon so ein bisschen zusammen. Da gibt es verschiedene, so der erste Gesamtweltcup. Das war recht dramatisch. Das war ein Skifliegen im Planetsaar und am letzten Wochenende noch das gelbe Trikot gesichert. Und das war so ein besonderer, weil es auch so ein bisschen ein Traum war, mal sagen zu können, okay, ich bin der Saison wirklich der beste Skispringer der Welt gewesen. Das war was ganz Besonderes. Aber auch eben die Weltmeistertitel, speziell Lachty, so einen Titel verteidigt in einem ganz dramatischen Wettkampf im zweiten Durchgang. Das ist dann halt auch der Charakter des Wettkampfs. Ich war dritter nach dem ersten Durchgang und dann im zweiten Durchgang mit Schanzenrekord das Ding gewonnen. Und hier Titel verteidigt, Goldmedaille mitgenommen. Das ist natürlich großartig. Also solche Wettkämpfe, die bleiben natürlich in Erinnerung. Und dann auch die Teamwettkämpfe, die halt teilweise einfach eine wahnsinnige Dramatik haben. Also in Ramsau 1999 bei der WM haben wir auch gewonnen mit einer Schwarzwälder Truppe und mit zwei Stürzen. Und das, was man denkt, das geht gar nicht. Und dann stürzt der Erste und denkt man, jetzt ist der Wettkampf gelaufen. Dann kämpft man sich wieder ran und merkt, hey, man kann es trotzdem noch schaffen, stürzt der Zweite. Und dann am Ende haben wir es doch noch geschafft. Und das ist natürlich großartig. Und auch Olympia haben mit einem Zehntelpunkt Vorsprung gewonnen. Also das sind schon besondere Erlebnisse. Ich erzähle jetzt und du merkst schon, die negativen Ereignisse rückende Hintergründe sind gar nicht präsent. Dann wollen wir aber drauf rumreiten. Nein, negativ kann man kurz sagen. Also gern verzichtet man natürlich auf Stürze, auf Sturzerfahrungen. Aber ja, unterm Strich gehört es halt auch irgendwo zum Sport. So dumm es sich anhört, gehört halt dazu, genau. Du hast jetzt gerade die Mannschaftswettbewerbe angesprochen, das Team, die Adler auch. Ja, wie ist denn das jetzt, nachdem ihr alle im bürgerlichen Leben angekommen seid? Gibt es denn da noch Kontakt mit den Kollegen von damals? Ja, es kommt immer darauf an, wer in welchem Bereich tätig ist. Also mit ein paar hat man halt so Überschneidungspunkte und trifft sich halt öfters mit dem anderen jetzt weniger, weil halt viele auch aus dem Sport rausgehen, denn mit dem Sport nichts mehr groß zu tun haben. Aber es ist trotzdem eigentlich egal, immer wenn man sich dann wieder trifft, ist es wieder sofort total nett und man redet ein bisschen, es ist locker und man ist halt sofort wieder in der Zeit zurück und merkt schon, dass man gemeinsam eine tolle Zeit hatte. Prima, du hast jetzt gerade gesagt, manche sind aus dem Sport raus. Das war für dich jetzt nie eine Option, zu sagen, ich höre jetzt auf, Schluss aus, fertig, ich mache jetzt was anderes. Ne, ich liebe ja den Sport, also natürlich den Skisprungsport, aber insgesamt bin ich sehr sportbegeistert und jetzt auch, sag ich mal, nach der aktiven Karriere im Leistungssport auch weiterhin was im Sport machen zu dürfen. Das ist für mich ein großes Privileg und da bin ich total glücklich damit. Was mich da jetzt interessieren würde, ich meine, wenn ein Fußballer aufhört, dann kickt er ab und zu mal noch ein bisschen. Wenn ein Tennisspieler aufhört, der kann auch nochmal tennischen. Springt Martin Schmidt heute auch ab und zu mal noch von der Schanze? Ne, ne. Nicht eben, das haben wir jetzt gerade so überlegt, denke ich. Es gibt schon ein paar, die es machen, aber es hat sich da bei uns zumindest keine Kultur entwickelt, dass es vielleicht so, ja, es gibt schon so Masters-Wettkämpfe und das ist auch eine ganz, dann auch wieder so eine Gemeinschaft, eine ganz coole Clique. Aber da habe ich den Weg nie reingefunden. Das wäre wahrscheinlich eher was, wenn man jetzt hier in der Region, wenn es einfach ein paar Jungs gäbe und man würde sagen, okay, ich gehe mal wieder Skispringen. Aber irgendwo, ich habe das so lange, das ist halt ein Sport, den macht man halt eigentlich nur leistungsorientiert und wenn, dann hat man halt gleich auch wieder so einen Anspruch an sich selber und will die Sache gut machen und einfach nur so springen, dass das gesprungen ist, da fehlt mir irgendwo der Reiz. Also wenn, dann würde es mich eher reizen, jetzt mit dem heutigen Material gucken, wie funktioniert das und was geht dann noch. Aber da bin ich dann auch realistisch, weiß, dass ich mich jetzt ja auch körperlich nicht verbessert habe in den letzten Jahren. Aber auch nicht wirklich so schlecht, doch. Sieben Jahren und da sage ich einfach, das hat alles seine Zeit gehabt und dann ist halt Skispringen, wenn man springt, muss man halt schon das auch vernünftig machen. Und wenn man einen vorsichtigen Sprung macht, ist nicht gesagt, dass der vorsichtige Sprung auch ungefährlicher ist, wie der Sprung, den man voll angeht. Und deswegen denke ich auch so ein bisschen, ich bin gut durch meine Karriere gekommen und muss jetzt auch das Glück nicht mehr herausfordern. Und das Verzwingen und womöglich noch was riskieren. Aber dennoch, wenn man sieht, du hast ja gesagt, du bist nach wie vor sehr sportlich unterwegs. Ja, unter anderem Ninja Warrior Champion beim Promi Special und das war, ja, Gratulation nochmal, ja, war wirklich beeindruckend. Und es ist ja auch kein Pille-Palle-Wettbewerb, so wie es bei manchen Promi-Wettbewerben, wo einfach auch Spaß war. Es ging ja schon zur Sache. Also Spaß hatten wir schon, aber natürlich ist es ja auch schön, dass ich es mit Sven gemeinsam auch wieder machen konnte, dass er auch dabei war. Er hat ja schon ein paar Jahre früher angefangen, hat da mitgemacht und ich weiß noch, wir haben uns mal im Winter unterhalten, waren zusammen beim Springen eben und waren im Kraftraum und haben dann ein paar Klimmzüge gemacht. Und ich habe dann gefragt, hey, wie ist das so und was meinst du mir so? Ja, naja, probier es mal aus und so, das ist schon cool, macht super Spaß. Und dann habe ich auch mal mitgemacht und ja, es ist auch, es macht Spaß und natürlich kommt dann auch so der Ehrgeiz durch. Man will halt so weit wie möglich kommen, will sich da selber fordern, an die Grenzen gehen und ja, es ist eine coole Veranstaltung, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Irre, also das Finale, ich meine, das sei da hoch. Ja, ist ja nicht unsere Kernkompetenz. Nein, eben, aber rein da mit purer Kraft und Technik spielt natürlich eine Rolle. Ja, aber trotzdem ist es schön, wirklich sich wieder mal auf so einen Wettkampf ein bisschen vorzubereiten und dann halt auch so am nächsten Tag so die Wettkampffspannung zu haben, sich dann zu fokussieren und das dann so gut wie möglich zu machen. Und dann wieder gegen Sven. Und dann natürlich gegen Sven, genau. Aber es startet jetzt keine Karriere im... Nein, er vielleicht schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich trainiert er schon heimlich. Ja, das können wir ihm auch gut zutrauen. Er wird es selber über mich sagen. Wenn wir jetzt mit dem Sport einen Deckel drauf machen, wir haben jetzt den Kommentator, den Reporter, den Trainer, den Talentscout. Du hast ja auch mit Simon Ammann zusammen auch eine Agentur. Ja, eine Sportmarketing-Agentur. Genau, genau. Wir betreuen erstellig die Wintersportler in der Vermarktung. Genau, und ja, sind da aktiv in dem Bereich und Simon springt ja noch. Wir machen das zusammen mit unserem langjährigen Manager, haben da jetzt auch schon vor sechs Jahren die Agentur gegründet und ja, sind da ganz, ganz zufrieden damit. Prima. Und wie hält sich ein Martin Schmidt so fit? Bei all den, sind ja auch viele Bürojobs dabei. Ja, aber trotzdem. Also ich glaube, ich bin im Alltag, es ist gar nicht so, dass ich jetzt die so exzessiv Sport treibe, aber ich bewege mich so im Alltag einfach, also ich nutze jede oder viele Alltagsgelegenheiten. Also wenn jetzt irgendwo eine Treppe ist, dann nehme ich ja schon mal die Treppe, wenn ich den Aufzug und renne dann auch mal ganz gerne die Treppe hoch oder springe mal die Treppe hoch. Und ansonsten gehe ich natürlich auch ab und zu mal joggen, ein bisschen Radfahren, mache so allgemeine Kräftigungssachen für mich. Aber ja, und halte mich halt so fit, wenn ich eben jetzt im Trainerbereich mit den Jungs unterwegs bin, dann spielt man natürlich auch mal Fußball oder Volleyball. Und da muss man ja auch gucken, dass man ein bisschen mitkommt. Das ist mir auch nach wie vor gefordert. Dann macht halt nochmal ein paar Hürdensprünge mit oder macht manchmal ein paar Sachen noch vor. Und so kriege ich schon noch meine Bewegungen im Alltag und dann, glaube ich, auch so halt ein bisschen eine vernünftige Ernährung. Aber alles im vernünftigen Rahmen, sage ich jetzt mal. Also nicht zu fokussiert waren wir ja während der Sportkarriere. Ja, ja, also ich, also nach außen hin betrachtet, lebe ich wahrscheinlich schon noch relativ, relativ gewissenhaft. Für mich habe ich das Leben wie Gott in Frankreich. Okay, okay. Und einer wird sagen, oh, und er sagt, herrlich. Das ist immer der Maßstab, der Mensch ist halt doch ein Gewohnheitstier. Und ich habe, glaube ich, ja, einfach über die lange Karriere schon viel mitgenommen, jetzt auch im Bereich eben Ernährung und insgesamt, ja. Da wäre es ja grob fahrlässig, wenn man das alles jetzt über Bord schmeißen würde. Es gibt auch Beispiele. Ja, natürlich. Aber eben mir geht es gut. Also ich habe keine Einschränkungen. Okay, also du hast auch mal Party gemacht, wenn es möglich ist. Ja, muss Leben ja auch genießen. Sehr gut, sehr gut, genau. Apropos Leben genießen. Jetzt haben wir dann Weihnachten. Da hoffe ich, du kannst es ein bisschen genießen. Wenn wir in die Zukunft blicken, wir haben jetzt viel zurückgeguckt. Gibt es denn, gibt es denn noch? Und wie ich Martin Schmidt kenne, gibt es immer Ziele, die man anvisiert und die es jetzt noch zu erreichen gibt. Was wünschst du dir jetzt für das nächste Jahr? Zum Beispiel. Ach, für das nächste Jahr, ich glaube jetzt gerade auch in der momentanen Zeit oder in den letzten anderthalb Jahren, ist einem schon bewusst worden, auch wieder, wie wichtig es ist einfach, dass man gesund ist, dass man irgendwo einen gesunden Körper hat, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt und dass man die Dinge, die man macht, einfach mit Freude machen kann. Und ich wünsche mir einfach für mich eben, dass ich das genau so leben kann, dass ich eben gesund bin, dass die Familie gesund ist. Und den Rest hat man dann irgendwo selber in der Hand und kann sich dann eben Ziele vornehmen und die verfolgen. Und wichtig ist halt, dass man an dem, was man tut, dass man sich dafür begeistern kann, dass man da irgendwo eine Leidenschaft entwickelt. Und das kann ich momentan bei meinen Tätigkeiten und deswegen würde ich ganz so weitermachen. Sehr schön. Das hoffen wir, dass das so funktioniert. Und wenn du sagst, Wünsche und Begeisterung, dich hat es nie weggezogen hier aus dem Schwarzwald. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich komme ja viel, auch viel rum, sehe viele andere Plätze oder andere Orte, wo es sicherlich auch schön ist. Aber ich fühle mich hier in der Region einfach unglaublich wohl und eben bin jetzt hier sesshaft geworden. Und eben mir, also uns geht es gut, also Familie und es ist ja auch, ich finde, das ist auch einfach schön, wenn man, also die eigene Familie, also Frau und Kinder, wenn man sich einfach wohl fühlt, wo man lebt. Und dann aber auch, dass die Eltern in der Nähe sind, dass wir wohnen genau in der Mitte, also haben jeweils die Eltern in Schlagdistanz. Und das ist schon einfach schön, wenn man da auch unkompliziert Zeit miteinander verbringen kann. Und das, ja, das schätze ich sehr und insgesamt fühle ich mich einfach aber auch wohl, weil es einfach schön ist. Absolut, ich kann nichts anderes sagen, im Gegenteil. Und wenn man mal weg will, man kommt überall hin. Aber das Schöne ist eben, man weiß, wohin man zurückkommt. Und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Gut, Martin, ich denke, wir haben jede Menge erfahren von dir. Jetzt gibt es sogar noch Applaus von den Nassen. Besseres Timing gibt gar nicht. Ich sage danke, dass es funktioniert hat. Wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und viel Spaß bei den nächsten Sportevents. Danke, danke. Und ich freue mich jetzt schon, dich mal wieder zu sehen. Sei es im Fernsehen bei Ninja Warrior, am Mikrofon bei Eurosport oder bei sonst irgendeiner Gelegenheit hier bei uns im Schwarzwald. Ja, doch, freue mich auch auf das nächste Treffer. Danke. Mach's gut, danke dir. Danke. 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 Vielen Dank.